was geht willkommen auf meinem channel ja gerade eben das eine video fertig gedreht schon bin ich wieder im nächsten und zwar war ich mein neues auto abholen bei berolino und ja ich habe ich da mitgenommen und zwar könnt ihr euch das jetzt angucken so freunde sonne wir sind jetzt in es ist jetzt hier an sie angekommen bei berolina und finden keinen parkplatz nico ich gebe jetzt die antenne brandenburg muss jetzt mein telefon in meinen arsch stecken holger bist du entspannt entspannt haben wir alles handy und so ja teig im arsch ey pass mal auf jetzt fährt holger los dann ist das völlig falsche auto aus so freunde der sonne wir sind jetzt bei berolina angekommen ein sie hier wurde ich mein neues auto ab und das kuriose an dieser ganzen geschichte ist ich bin das auto noch nie gefahren also meine kippe an der hinten hier mache einfach gerade ich muss ja auch so halten okay nee ich hatte den anders in der hand herzlichen willkommen alles gut das letzte mal dabei nicht nö guten morgen nico ja mehr ich habe schon ja 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 ... Musik ... ... Musik ... ... Musik ... ... Musik ... Hast du den Wagen noch gar nicht gesehen, ne, Nico? Was? Hast du den Wagen noch gar nicht gesehen? Ne, nur Instagram. Hast du ein bisschen aufgeregt, wenn du den hier siehst? Ecke? Ja. Das ist doch dein Auto. Ja, trotzdem. Was soll ich denn aufgeregt sein? Kann das sein? Ne? Okay, jetzt bin ich aufgeregt. Da ist er jetzt aufgeregt. Da ist er tatsächlich jetzt aufgeregt, ne? Also das jetzt. Nicht, dass ich den Wagen direkt schon da in der Garage, wenn ich rausfahre. Ja, ja. Dann findest du bestimmt eine Cola, ne? Ja, mach ich. Hast du, haben wir noch eine Flaschwelle? Hier. Oder solche liegt mit den Zehen, Mann. Ne, ich kicke mal hier die Raucher. Aber ich kann's nicht. Ja. Was das ganze Team hier aufkreuzen wird, damit habe ich natürlich nie gerechnet. Ne, das ist jetzt natürlich echt scheiße für mich, weil jetzt werde ich aufgeregt. Und dann geht's. Wohin! 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 Musik 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 Ich hab ja von sowas keine Ahnung. Ich hab mir hier nur gehören, was schön ist. So, dann haben wir hier einmal das wunderschöne Herzstück. Ich bin mega glücklich, ne? Was soll ich sagen? Und fein lassen, einfach runter. Das ist Schlusswort. So, da haben wir eine kleine Präsentation hier für dich. Was ist alles für dich, was du mitnehmen? Alles? Okay. Wolltest du gleich da drin holen, oder? Wir tauchen nicht auf den Namen. So, okay, alles klar. Ja, mach mal. Titte-Kocher. Delle drin, Temperatur, Werkstatt bitte. Ne, gut, alles klar. Danke dir. Danke euch, besser gesagt. Sehr, sehr gerne. Wie gesagt, bei Fragen und Anregungen gerne. Meine Kontaktdaten persönlich erfahrt ihr entweder über Sascha, beziehungsweise wird das auch online stellen. Wie gesagt, habt ihr Wünsche, Träume, ruft an. Wir sind für euch da. Ja, perfekt. Alles klar. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Bis dann. Alles klar. Bis denn. Was ist denn hier los? Ich habe keine Kamera. Du, die hast, die fliegt mir ins Gesicht. Ich muss jetzt erstmal gucken, wie ich hier alles... Ach, hier ist Back. Also, das ist ja nicht mehr ein normales Ding hier. Alter, du drückst einmal auf das Gaspedal rauf und das ist total scham. Du bist in den Sitz gepresst. Ach, nee. Hier ist die Kamera jetzt in die Fresse geflogen. Das ist ne Karreiter. Nun habe ich mein Auto. Ähm, wie lange habe ich denn mein Auto schon? Ähm, ich glaube, ich habe das jetzt schon fast einen Monat. Und, ähm, wollte dieses Video eigentlich schon längst rausbringen. Aber ich hatte einfach keine Zeit... Uh, auf einmal bin ich im Blau. Was ist hier los? Gerade dann war ich noch in Gelb. Ja, da ist wieder der gelbe Schein. Da ist wieder der blaue Schein. Verdammt, ich weiss vom Thema ab. Auf jeden Fall, ähm, ich... Ja, was soll ich sagen? Ähm, ich hatte noch nie in meinem Leben so eine krasse Kundenbetreuung, nenne ich das jetzt mal. Ähm, also so wurde ich noch nie empfangen. Äh, ne. Die standen alle da. Äh, dann haben wir da noch so ein Foto gemacht. Äh, Foto meine ich jetzt damit. Äh, eigentlich sollte ich jetzt noch, glaube ich, hochladen, oder? Ach, ich weiß schon gar nicht, wo das ist. Das war einfach alles zu aufregend. Ja, was ich damit sagen will, ist, es war einfach zu aufregend. Warum? Erst kommt so eine geile Karre, die ich haben wollte, in die ich mich schon verknallt habe. Und ihr wisst ja, wie es ist, wenn man verknallt ist. Man vergisst die Hälfte dann. Warum? Man hat eine rosa Brille auf. Aber im positiven Sinne hier, sondern nicht im negativen. Ähm, denn dieses Auto ist für mich göttlich. Ich kann nicht meckern. Ich wurde, wie gesagt, herzlich empfangen. Die haben, die haben mich, ey, wie ein Baby. Ja, die haben mich wie ein Baby aufgenommen. Die haben mir quasi die Windel angezogen und mich gepudert vorher. Damit ich, wenn ich Durchfall habe, nicht der Popo brennt. So habe ich das jetzt hier mal erklärt. Und so meine ich es auch. Ähm, also besser geht's nicht. Wenn ihr da draußen wirklich ein Auto sucht, dann kann ich euch nur eins sagen. Äh, der Herr Lasan. Das blende ich auch unten. Beziehungsweise das steht unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr den, äh, herzlich empfangen. Äh, da wird alles dann verlinkt sein. Sprich, äh, also außer die Telefonnummer. Oder manchmal auch die Telefonnummer. Doch, dann könnt ihr ja direkt anrufen. Ja, warum nicht? Auf jeden Fall steht da alles drinne. E-Mail und so weiter und so fort. Denn dieser Herr hat mir dieses Auto organisiert. Hat hier und da ein bisschen was gedreht. Und, äh, ich muss euch sagen. Wie gesagt. Ich hatte noch nie so eine Kundenbetreuung. Nein, ich werde nicht bedroht. Hinter mir steht keiner und hält mir eine Waffe am Kopf. Oder, äh, ähm. Obwohl, wenn er mir eine Waffe am Kopf halten würde, dann würde man es ja sehen. Nein, hinter mir steht keiner. Ein kleinerer Herr. Und, äh, bedroht mich mit dem Messer. Und hält den an meinem Popo. Nein. Wieso sage ich so auf Popo? Was ist denn hier los, Alter? Meiner. Äh, dieser Herr hat alles möglich gemacht. Ich kann euch ihn nur bestens empfehlen. Ähm. Ich werde nicht gezwungen. Ich sage das, weil ich das wirklich so meine. Er hat alles das Beste getan, was geht. Und ich habe das Beste bekommen. Krasser geht's nicht. Dieses Auto hat 605 PS. Es ist ein V8. Ähm. Es ist auch meiner Meinung nach noch der alte V8 Motor. Sprich nicht dieser neue. Ich glaube ab 2018 ist es der neue Motor. Der quasi, ähm, elektronisch noch ein bisschen, ähm, Motorgeräuschen Hilfe bekommt. Was ich damit sagen will, ist es noch wirklich dieses brummene, wie als würde ein Monster Truck gleich um die Ecke fahren. Aber nein, es ist der S8 Plus, Motherfucker. Ja. Es ist alles wunderschön da drin. Ähm, Baujahr 2017. Ende 2017. Irgendwie so. Ich habe bis heute mir noch nicht genau alles angeguckt, was man damit machen kann. Aber, man kann damit eine Menge machen. Hahahaha. Ähm. Ja, wie gesagt, ich bin verknallt in das Auto. Ich kann, mir fehlen einfach noch die Worte. Ich werde sowieso in den meisten Vlogs und weiß ich was, wird es ja sowieso präsentiert, das Auto nochmal. Es ist wirklich eine wahnsinnig schöne Kiste. Äh, die Felge, in die habe ich mich so verknallt, dass ich, ähm, am Bordstein, ich glaube einen Meter Abstand immer parke. Wo die Leute denken, ähm, was ist mit dir los, kannst du nicht fahren. Aber nein, ich mache das damit, äh, die Felge nicht zerkratzt. Weil sie einfach wunderschön ist. Und wenn der ein Kratzer drauf wäre, würde ich ausrasten. Besser geht's nicht. Besucht diesen Herren, besucht generell Berolina, ähm, die haben mich daraufhin, ich glaube, dann war das, genau, weil es jetzt eine Woche her ist, muss das drei Wochen später gewesen sein. Haben mich sogar noch eingeladen zum Autokino, sprich, äh, weil ich da ein schönes Fahrzeug gekauft hatte. Klar, war ja zugeben eine Nebennummer, weil ich es auch bei Instagram gepostet habe. Aber nichtsdestotrotz habe ich ein wunderschönes Catering bekommen, was direkt von den Waren und ein Filmchen, den ich gucken durfte. Ähm, ja, war 1A. Wie gesagt, also ich, es gibt nichts zu meckern, ja, es war, es, es war gigantisch gut. Es war wirklich gigantisch gut. Außer, wo ich meckern muss, aber das liegt an mir, ich wurde zu krass überrascht. So was kann man mit mir nicht machen. Da, äh, kriege ich Herzschmerz. Okay, das war's. Bis denn, Antenne, ähm, lasst ein Däumchen da. Ähm, ja, wir sehen uns im nächsten Video. Haut da rein!